Hey, Grease. Karl, mir ist aufgefallen, dass die Gewürze alle bis oben voll sind. Freu dich. Dein Schiff, Grease. Ich hab alles so gelassen, wie es war. Auch die Eier in der Pfanne. Hast du dir in den letzten Jahren nie selbst was gekocht? Ich hab ein- oder zweimal gekocht. Tatsächlich? Du hast kein einziges Salzkorn verbraucht. Oder magst du etwa kein Salz? Ich dulde nämlich kein Crewmitglied, dass kein Salz mag. So viel steht fest. Ich bin echt froh, dass du wieder da bist. Ja, ja. Wo ist eigentlich mein Pfannenbänder? Ich will es nicht wissen. Wir meditieren einmal. Kurz die Verzogung des Meditierens mal ganz kurz, um das Licht in dein Zimmer mal anzumachen, weil es langsam dunkel wird. Licht ist an. So. Boni. BD1 hat einen zusätzlichen Stim für Kel bereit. Stims werden erst aufs Maximum aufgefüllt, wenn Kel sich ausruht. Das ist einfach mal ein zusätzlicher Stim. Ein Bonus-Stim. Einfach so, weil es geht. Kostet aber vier. Und wir haben keinen derartigen Slot. Leben regeneriert sich bis zu einem Mindestwert. Kostet halt drei. Wir haben aktuell... Gegnerische Abwehrdurchbrechen ist drinne. Und Blockanzeige wird erhöht. Was beides nicht schlecht ist, um uns am Leben zu halten. Entfernen wir den Bonus mal. Entfernen wir den Bonus mal. Ich weiß nicht, wie stark die ohnehin sind. So. Mal schauen, dass es irgendwas bringt. Fähigkeiten. Wie wir sehen, ein Schwert haben wir in der Bonus-Folge tatsächlich komplett gefüllt. Weil es echt gut geworden ist. Oder echt gut ist generell. Wir könnten Doppel-Orbit jetzt kaufen. Wir könnten auch erstmal noch ein paar Punkte sparen, damit wir den Abwehrstoß und Plusaufsinn Sturm bekommen können. Oder wir sparen, damit wir unsere Machtfähigkeiten weiter verstärken können. Wie zum Beispiel den Radialschub, den wir niemals benutzen. Die Fähigkeit, jeden zu schieben, wäre auch an sehr, sehr vielen Klippen sehr, sehr nützlich, glaube ich. Blänger die Dauern und verlangsamen. Das ist auch nicht schlecht. Maximale Machterhöhung wäre auch super. Bewahren wir uns den Punkt erstmal. Wenn wir zwei oder drei Punkte haben, können wir schauen, was wir uns kaufen wollen. Abgesehen davon wird es sowieso in der nächsten Bonus-Folge wieder irgendwie die nächste Lichtschwert-Disziplin-Folge grindet. Hey Boat, noch was? Gut, Holo-Tisch. Lange ist es her, nicht wahr? Oh, die Holo-Karte ist besser geworden. Wir sind 44,4% bei Kobo fertig. Jedha ist 0%. Auf, nach Jedha. Ich bin erst im zweiten Feld, hab schon fast alle Fähigkeiten. Bonus-Folgen, dafür sind die da. Mit Vollgas nach Jedha. So lange es noch da ist. Fühlt sich bestimmt gut an, nach so langer Zeit wieder im Cockpit zu sein. Es geht. Langsam gewöhne ich mich wieder dran. Ich war noch nie auf Jedha. Fliegen wir zur Stadt? Nein, ich habe gehört, Sia ist in der Wüste mit einigen komischen Eremiten untergetaucht, den Anakoriten. Ich wünschte, sie hätte sich einen lebhafteren Kult ausgesucht. Wir empfangen ein Signal von Jedha. Das ist Sia. Ich habe unseren Besuch angemeldet. Ich lege sie auf den Holo-Projektor. Ihnen geht es sicherlich klar. Okay. Ja, geh mit dem Hohltisch. Jetzt dürfen wir. Kel Kestis, es ist mir eine Ehre. Äh, ja, hallo. Ist Sia da? Wir erwarten sehnsüchtig eure Ankunft. Jedoch fegt ein Staubsturm über unsere Position. Eine Landung wäre zu gefährlich für euer Schiff. Wie gelange ich dann zu euch? Meisterin Janda schickt euch eine Eskorte zum Geleit. Was, sie schickte jemand anderen? Ich sende die Koordinaten des Treffpunkts an euren Piloten. Okay, hab sie. Gebt Acht, wenn ihr das Schiff verlasst. In der Wüste wurden imperiale Patrouillen gesichtet. Danke für die Warnung. Die sind mir echt unheimlich. Ich bin schon sehr gespannt, was für einen Irren sie dir schickt. Und das Imperium ist auch da. Ich hatte auf einen schöneren Empfang gehofft. Jedha. Und Movie Maker überblende. Ich find immer auch so schön, dass sie wortwörtlich die Movie Maker Blenden behalten haben. Die so Staros typisch sind. Kräfen muss mit Ziers Kontakt. Ach ja, wie üblich steht ihr hier draußen rum. Wird bevor die Tür sich geöffnet hat, steht ihr schon draußen rum. Pass auf dich auf. Keine sinnlosen Heldentaten, okay? Komm doch einfach mit, ich kann den Jetpack brauchen. Ich habe außer dir noch viele andere Gesprächsthemen, Kleiner. Baut noch was? Grease? Tut mir leid, Kleiner. Neher kann ich wegen dieses Staubsturms nicht ran. Der Treffpunkt sollte nicht allzu weit weg sein. Ihr zwei bleibt hier. Ich finde Ziers Kontakt. Ich sorge für Greases Sicherheit. Greased Riders braucht keinen Babysitter. Da braucht wohl jemand ein Nickerchen. Pass auf, du. Pass auf dich da draußen auf. Niemals. Wir werden direkt zur ersten Stelle rennen, direkt gestötet werden. Und hier ist direkt schon die erste Sache, die wir nicht benutzen dürfen. Suchen wir es hier als Koffe. Der Treffpunkt liegt vor uns. So. Ich kann es kaum erwarten, von der komplett neuen Flora und Fauna ermordet zu werden. Zum Beispiel wäre es auch immer das, was immer zur Hölle das da hinten sein soll. Komm, lass mich, lass mich durchschrubbeln. Okay, gut, dann nicht. Dann halt nicht. Dann müssen wir von oben da rüber. Oh nein, Sandkrabben. Zeit für eine Kletterpartie. Festhalten wir dich. Nein. Was seid ihr? Hartschale. Der Panzer bietet etwas Schutz, kann aber mit der Macht entfernt werden. Oh. Warte, bis ihr in den Köpfen raussteigt und schlage dann zu, um sie schnell zu besiegen. Die Wüste von Jeddah sind kalt und unwirtlich. Entsprechend hat sich die Hartschale auf eine Art entwickelt, dass sie sich selbst schützen kann. Wie der Name vermuten lässt, bilden diese Kreaturen regelmäßig eine feste äußere Schale, nicht um sich vor den Elementen zu schützen, sondern zum Schutz vor Fressfeinden. Obwohl nicht jede Hartschale ein solches schützendes Schicht ausbildet, hat sich der Name etabliert. Die festen Schalen kann mit relativ wenig Aufwand entfernt werden, jedoch sind die Kreaturen damit wieder allen Gefahren ausgesetzt. Obwohl sie leicht zu besiegen sind, greifen sie mit Schlägen und spucken dann auch alles an, was sie als Bedrohung ansehen. So. Ein bisschen weniger elegant, als wir es wollten, aber hat geklappt. Ops. Deine. Du musst vorsichtig sein. Nein, warum? Okay, warum? Okay, weil wir es nicht so elegant geschafft hatten. So. So sollte es sein. Kel, 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 warum? 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 Okay, nochmal. Ops. 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 Deine Hände. Benutz. Deine Hände, Kel. Du hast Finger. Benutz sie. Benutz sie. Du musst sie einfach gegen die kalte, nackte Felswand patschen. Und dann so tun, als wenn du so runterrutschen musst. Ich kann mir nicht erkennen, warum er zur Seite einfach wegfliegt. Okay. Wir probieren sich gleich mit einem Einfachsprung ohne Doppelsprung hinterher, weil Kel offensichtlich überfordert ist. Ops. Okay, Kel. Schaffst du das? Okay. Alles ein Einfachsprung. Ich will nie wieder hier lang müssen. Schalte mir diese Abkürzung frei. Danke. Das sieht schön aus. Erstmal meditieren. Wir sind nicht ganz bei voller Gesundheit. Oh. Verstehe. Wütende Sandwürmer. Also lieber. Warum ist gerade das. Warum ist gerade die Steuerung aufgeploppt? Ah, ich verstehe, wie wir uns bewegen müssen. Okay. Hopps. Okay. Hier kommen wir hinten rüber. Mit unseren eigentlichen Fähigkeiten. Da hinten ist schon wieder so ein Klopsiger. Einfach runterfallen und sterben. Wo müssen wir überhaupt hin? Darüber. Hier vorne ist das Grün. Und hier können wir schon mal was erkunden. Hallo. Gut. Was bist du? Aua. 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 Erstmal ein Stim. Nur um sicher zu gehen. Okay. Okay, mein Freund. Was bist du? Was bist du für ein hässlicher? Suchtabahn. Hochgradig aggressive Bestie wartet mit seinen Gegenangriffen bis sie ihren Angriff sehr gut beendet hat. Achtung für Sprungangriffe. Okay, gut. Aber ansonsten kein so großes Problem. Bisher. Suchtabahn durchstreifen die alten Templorien auf Jeddah und suchen den eisigen Rhythmus nach Beute. Die überaus kampflustigen, stilstrebigen Kreaturen decken ihre Gegner mit einem Schlaghagel auf ihrer sehnigen und kräftigen Arme ein. Allerdings verlieren sie auf der Jagd bisweilen die Orientierung und sind durch ihre eigene Unruhe so verwirrt, dass sie ihre Ziele fliehen oder zurückschlagen können. Haben wir gesehen. Der fällt irgendwann auch einfach selbst hin, nachdem er seine Angriffskette abgeschlossen hat. Okay, dann nicht. Und hier kamen wir. Das sieht wie irgendwas aus, womit wir nicht interagieren können. Genau, da rutscht Kelle runter. Spontan hat Kelle einfach verlernt, wie man in einer 30 Grad Steigung hochgeht. Das ist nicht möglich. Wir haben keine Reittiere hier, die wir nutzen können. Wir haben eine Leiter hier. Das Regal. Das Regal kann mit einer Leiter benutzt werden. Kelle, nimm es einfach mit. Stell es rüber. Okay, wir werden hier später lang dürfen, nehme ich an. Bin ich mir sicher. Wisst ihr, ein bisschen möchte... Ich will auf dem Sand laufen. Ich will den Wurm sehen. Achso. Okay. Verstehe. Ich verstehe. Ich dachte, wir können uns mit dem Wurm prügeln. Aber der Wurm holt uns einfach. Ich verstehe. Ich dachte, wir kriegen jetzt die nächste Challenge. Töte einen Wurm. Aber stattdessen sagt der Wurm, no. Lauf, 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 lauf. Nein. Wirklich? Okay. Was ist da los? Flammenwerfer. Kämpfer an meiner Seite. Was ist das? Au! Manchmal ist Lichtschritt einfach die beste Option. Die Sandfilme aus dem Mittelerde Schatten des Krieges folgen wie selbst in der Galaxis. Sieht aus wie eine Schriftrolle. Oh nein. Ich kann die Flammtruppe nicht scannen. Warum nicht? Naja, wir haben noch ein einziges Stim übrig aktuell. Ah, natürlich seid ihr wieder hier. Ich seh ihn! Ich seh ihn, was? Nein! Ja! Da wollt ihr doch irgendwie direkt zum Einfahrt unten auf uns. Wir sind auf einer riesigen Hand. Okay Wie kommen wir jetzt da rüber? Nicht da rüber Und tschüss Nein Das ist kein Wurm Er ist ein beschissener Skorpion Wohin? Wohin? Warum? Einfach höher Okay, so Au, ich hasse dich So Immer zu krabben Gut, wir brauchen einen Meditationspunkt In näherer Zeit Oder eine Abkürzung, die wir uns freischalten können Zu einem Punkt Wer Ich hatte mich ja auch gefragt, Herr Tunja Wer die Würmer aus Dune geschrumpft hat Aber wir haben ja festgelegt Das ist ja offensichtlich kein Wurm Es ist Ein Skorpion Guter Fund, BD Gemeinschaftsplatz Dieser Gemeinschaftsplatz stand allen offen Die sich sammeln und ihren Glauben bekennen wollten Unabhängig von Glaubensrichtung oder Berufung Also im Endeffekt eine Free-for-All-Arena Wunderbar Die meinen nie im Leben uns Vielleicht meinen die Sia Weil Sia eben auch Oh, Schriftrolle Wer kann jemand in Sias Basis was damit anfangen Werkbank Wie schön Sia war nämlich auch War auch was Jedi verfolgt Immer noch Abkürzung freigeschaltet Blammenwerfer Imperialer Die können wir nicht deflektieren Die müssen immer sofort zuerst sterben Denn gegen die können wir wenig machen Warum sollte sich irgendjemand mal vorbeikommen? So, ein Sprung wäre so wie das von aufzunehmen gewesen Dann wiederum doch Wenn das Imperium hier auf der Suche ist Dann wissen die wahrscheinlich schon Dass Ken unterwegs ist Insofern können wir sagen Ja Ja, er hat in den Klonkriegen gedient Machen wir eine Pause Machen wir eine Pause Wir müssen Wir haben Eile Machen wir eine Pause Und weiter Ja, den Sprung überleben wir nicht Wenn wir ihn versuchen Entschuldigen Sie Oh Nein Du bist ein mutiger Junge Du bist ein sehr mutiger Trooper Hallo Komm, schieß einer Komm, schießen einem Gern Achse Ja Wer Ja Hast du mir zugesehen? Wie in alten Zeiten. Überrascht mich zu sehen? Ich dachte, sie schicken wen, den ich nicht so gut kenne. Viel zu voreilig von dir, Kerl Kerstes. Seit wir uns zuletzt sahen, hat sich viel verändert. Ich seh's dir an. Komm, mein Speeder steht da vorn. Dein Landspeeder? Die Sturmtruppen haben ihn. Mit denen werden wir schon fertig. Und uns haben sie jetzt braucht. Bereit? Gib mir dein Schild. Hey, Schild. Wir haben jetzt Meryn. Holen dir. Ja, Lüchen Meryn. So. Die Schwester Nacht. Als die Mente sich gelernärte, nahm die Kontakt zu Meryn. Ja, ja. Nicht, was ich gefragt hatte, aber gut. Ich bin da nicht dran. Oh, Minigun. Komm, schieß. Ich... Sehr gut. Oh, absolut. Ach, nö. Ihr. Macht Pause. Gönnt ihr bitte. Fehler, 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 Fehler. Ich halte sie fest. Schlag jetzt zu. Ne, ja. Mist. Ich hab die Falschrasse gedrückt. Ich hab den hier machen. Das war der letzte. Du hast neue Tricks gelernt. Natürlich. Das mit dem Schild war so ein typischer Versuch cool aus dem Moment, der nach hinten losging. Aber wirklich. Fühl ich dir schön einfach an uns vorbei. Pure Gemeinheit. Aber schön. Schön, dass wir mit Meryn als zweiter unterwegs sind. Ich versuch gerade was herauszufinden. Ja, gut, Meryn. Ich hab ein Kletterkabel. Siehst du was zum Festmachen? Wie ist das? Gut genug. Nein. Nein. Ich dachte schon, da wäre doch immer noch einer am Leben. Trotzdem muss ich hergehen. Ich dachte, du reist durch die Galaxis. Was machst du auf Jedha? Jedha ist ein Teil der Galaxis, Cal. Gut zu wissen. Ich besuche Sears von Zeit zu Zeit. Als ich hörte, dass die Mantis kommt, habe ich angeboten, dich zu führen. Wir müssen auf die andere Seite. Vielleicht kann jemand in Sears Basis was damit anfangen. Ja, das könnte klappen. Natürlich kann es klappen. Gut. Wir sollten uns beeilen, Cal. Ein Sturm zieht auf. Wirklich? Hallo, Kiste. Bip, bup, bip. Wanderer, die Farbtöne oder die Materialien. Okay, ich sehe. Verstehe. Ob es zwischen Karen und Merrin was wird? Na, wollen wir es doch hoffen. Die scheinen jetzt irgendwie aktiv noch drastischer da reinzulehnen. Wir müssen auf die andere Seite, sagt die Frau, die sich teleportieren kann, vor allem. Hey, Ground klingt super. Was habt ihr damals auf Naschadar getrieben? Hm, verzeih. Der hinten hat eine Raketen, dafür will ich zuerst tot sehen. Das ist schön zu wissen. Mit Skill. Das ist korrekt. Das habt ihr also damals auf Naschadar getrieben. Morden. Sie haben deinen Speeder angezündet. Bist du versichert? Oh. Fliegen hast du noch nicht gelernt, oder? Leider nicht. Arbeite dran. Dann müssen wir einen anderen Weg finden. In Fallen Order gab es auch wirklich einen Glitch, mit dem man es konnte. Er wurde aber gepatcht, bevor wir zum Let's Play kamen. Kannst du das sehen? Ja. Ups. Okay, knapp. Du kannst es immer noch. WD ist ein bisschen langsam. Das war ein Witz, Droide. Kann es immer noch? Nun, die Wahrheit ist... Danke. Das musste ich hören. Hier durch. MAK durch die Spalte. Wooten hat ein Ladespalten. Du steckst doch nicht fest. Nein, nein. Ich stecke nicht fest. Ich stecke nicht fest. Der Weg ist versperrt. Sif Spucker. Ich stecke auf gar keinen Fall fest. Stiefschwester der Nacht. Kaputt gespielt. Willst du mich umbringen? Tut mir leid. Ich dachte... Es ist okay, Cal. Bleib zurück. Ich mach das. Was machst du da? Ich stelle das Muster wieder her, dass du ins Chaos gestoßen hast. Unglaublich. Das hört anstrengend aus. Brauchst du eine Pause? Der Sturm kommt. Ich ruhe mich aus, wenn wir in Seas Basis sind. Hast du das gelernt? Datumir. Du bist wieder zurück? Ja. Meine Schwestern sind fort. Doch ihre Weisheit bleibt. Meryn, komm überall hin mit. Komm überall hin mit, wohin wir gehen. Wir machen überall alles kaputt. Also, was eventuelle Shippingen, Schippereien angeht. Von meiner Sicht war es abgesegnet, wem sie uns mit Taron Malikos ausgeholfen hat. Und kurz darauf hat sie uns gegen zwei Klopsis sterben lassen. Aber das ist eine andere Sache. Ah, die Spamile. Was? Ah ja, genau. Wusste ich.